Hi Leute und wir spielen heute das tolle Spiel von Herr Anwalt, was jetzt endlich rausgekommen ist. Und ich habe gedacht, weil ich jetzt gerade eh so viel Langeweile habe und ganz schön auf das Spiel sehr gespannt war und ich hoffe mal, dass ich das auf dem Handy gut spielen kann. Also erwartet euch nicht so große Skills. Aber ich sehe auch gerade, man kann hier zwischen Englisch und Deutsch wählen und wir wählen Deutsch aus. Und dann sehen wir schon mal das Hauptmenü von Scans bis Einstellung, Spielmodus, Neue Story, Endlos Modus. Wow, das ist was Neues. Dann nehmen wir mal eine neue Story wahrscheinlich. Das ist ein sehr gutes Tipp. Handy klingelt. Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen eine Hilfe. Was ist passiert? Die Lehrer sind verrückt geworden. Sie lassen uns nicht aus der Schule. Das verschößt gegen das Gesetz. Oh nein, sie hat mich gefunden. Das kann sie ganz schnell. Das Handy wird einkassiert. Es geht dort nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss unbedingt etwas unternehmen. Das war aber eine coole Einladung. Okay. Ach du Scheiße. Wir können laufen. Okay. Praktikant-Anwalt-Partner. Ach cool. Also einer der Teil ist, dass das Video nicht gepondert ist. Also. Ja. Ich spiele es einfach nur so weit. Just fun, weil es da was ich gemacht habe. Jetzt können wir jetzt durchmachen. Ich kann hier durchmachen. Ja. Ah, super. So, unser erster Gegner. Ein Lärm! Äh, Basketball? Das hat leider nicht funktioniert. Oh, sterben ist schon das erste Mal. Ja, sogar. Also, ich finde das Spiel bisher ganz interessant. Man sieht gerade auch, dass die Gegner ist. Wäre jetzt für mich eigentlich nichts unbedingt, weil ich bin kein Fan von Beastorner. Ich sterbe jedes Mal aufs Feuer. Ja, das ist... Aber er hat wenigstens nachgedacht, die Gegner... ...wieder spawnen zu lassen, weil Valeria mega langweilig ist. Wenn die Gegner einfach... Was soll ich sagen? Wenn die Gegner einfach... Oh, was ist das los? Wie kommen die da ran? Gleich wissen wir die Schaukel. Wenn ich da ran zu kommen würde... Das spielt da kraftvoll rein. Naja, gut, dann machen wir weiter. Und let's go! Sie sind also wirklich hier hergekommen. Lassen Sie die Kinder frei! Meine Aufgabe ist es, dass die Kinder was lernen. Und sie werden am meisten lernen, wenn sie für immer in der Schule sind. Laut Paragraph 8 des Jugendarbeitsschutzgesetzes dürfen Sie die Kinder nicht hier behalten. Mit Paragraphen kennen Sie sich vielleicht aus. Aber das ist mein Reich. Hier bestimme ich. Nachsitzen! Oh Mann, das war jetzt ein Wort. Herr Anwalt, ich hoffe, du hast deine Sportsachen eingepackt. Der Unterricht geht jetzt nämlich los. Ich will nicht in den Sportunterricht. Lassen Sie die Kinder frei! Simulant! Fünf Runden laufen! Sonst gibt das eine Sechs! Ach du Scheiße! Was ist das? Was ist da jetzt auf 3? Au! Nein! Die Knöpfe wollen manchmal fließen können. Ach so, ich... Er hat wenigstens nachgedacht, bevor... Das ist alles designt, weil man merkt gerade so... Oh Scheiße! Er hat... Ich habe gerade gedrückt, dass er es... ... Also beim letzten Sein funktioniert es nicht. Ach, das ist jetzt echt peinlich gerade, was ich hier anziehe. Aber Leute, ich komme gerade nicht... Ich komme gerade nicht ganz... Es ist halt, wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe... Ich komme auf Bendy. Jetzt fahrt nach 100 Jahren! Nein! Jesus Christ... Oh! Ich bin so doof! Ich bin so doof! Bom! Diese Knöpfe! Schlimm! Ei! Ladies and Gentlemen, das ist nicht alles aus Spaß gemacht, natürlich... Aber ich finde es Spiel sich jetzt ganz... ... Mittig! Alleine weil es ein Wechsel game ist! Und sehen gerade auch wie Maybe Thank aalf Church... Nein! Aber ich denke mal, dass wir das mal anders bei das spielen, also würde ich sagen, wir machen hier kurz Stopp. Aber ich würde sagen, das Spiel bis jetzt ist ziemlich cool, also es ist auf jeden Fall zu empfehlen und nein, es ist keine Werbung hier, es ist frei. Also, ja, schönen Tag euch noch.